ARD geschrieben, wir sind am Stich, soll ich mal schreiben, achso, boom, knackt ihr Auto? Nein... Schreibt einmal hin, achso, da war nur noch eins, komm mal, den, echt, du, brauchst, ich, mehr. Ah nee, das muss... Polizei-Hacko ist auch so, oder? Ja. Geh's halt... Geh's halt... Ja, nee, weil dann... Dann hast du doch fast gar keine Chance, ein Auto zu klauen. Und warum kommen die jetzt beide hergerannt? Soll ich mir vor denen wegrennen? Nein, dreh dich mal in die andere Richtung. Dreh dich in die andere Richtung, sonst willst du's knacken. Ja, ich bin fertig. Dann renn einfach weg, renn mich. Warte, ich... Ich warte, bis die da sind und rennen dann werden können. Also, ich hab keine Chance vor der Polizei. Ist mir angeboren. Sag, ob die mir hinterherrennen. Nö, die rennen auf mich zu. Doch! Der rennt direkt hinterher. Geil! Ja! 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 Der kommt ja bei den Taser raus! Schau! Scheiße! Ich hab doch mal zugenaut, dass er bleibt. Wer ist hinter mir her? Beide! Mit, na und... Toll, alter! Was bin ich denn hier! Soll ich dich abholen? Ich muss mich irgendwo verstecken. Warte, ich hab die Idee. Ich hol dich einfach mit dem Wagen. Nein, Digga! Ich geh aufm Dach hoch, Alter! Die sehen mich niemals! Nein! Ich komm einfach vorbei! Scheiße! Der Bitter kommt! Nein! Der geht nur lang! Nein! Der hat mich! Tobi, ich bin im Arsch! Geh sie nicht weiter! Ich werd's tut! Ich werd springen! Nein! 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 Ja, komm! Ich falle! Ich falle! Ich falle! Tobi, der Bitter mag mich, glaub ich nicht. Ich bin verlernt. Tobi, irgendwie muss... Ich brauch mal einen Fluchtfarger oder sowas. Ich kann grad nicht. Ich werd verhaftet. Wie, Alter! Was ist das denn für Scheiße hier? Ich bin aufm Dach. Ich glaub nicht, dass der mich sieht. Müsste eigentlich nicht. Wenn du irgendwie den Bitter hinhalten konntest, ey. Das wär recht nett. Ich hab nix gemacht! Tut sie mir nicht weh! Ich ergebe mich! Wansi! 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 Alles in Ordnung! So, sie sind vorläufig festgenommen. Ah, vielen Dank! So, haben Sie eine Ausweiter irgendwo stecken? Boom! Mit einer Witt... Äh, ja, in der linken Hosentasche, glaub ich. Nimm mir ein Pop-Money. Okay, ich grad nicht mehr. Ich bin der Herr Buh. So, wie gesagt. Sie werden jetzt erst mal mit aufs Hauptquartier kommen. Wegen was bin ich angeklärt? Widerstand gegen die Fahrzeuge. Wir sind weggelaufen. Sie waren, ähm, unseren Fahrzeugen bei. Äh, äh. Wissen Sie, ich hab chronische Angst vor der Polizei, deswegen. Deswegen gehen Sie an Polizeifahrzeuge bei? Nein, nein, nein! Ich hab unser Auto repariert, das Missverständnis. Aha. Ja, wie gesagt, das Missverständnis können wir gleich auch mal herkuklären. An dem Auto ist kein Kratzer. Können Sie vielleicht meine Waffen mitnehmen, die waren teuer. Ich bin jetzt auch ein Waffenschein. Ja, dann holt der Kollege gleich nach oben. Hoffen wir es mal. Ja. Warum? Weil ich das Polizeiauto geknackt hab, du Genie. Ja, wenn er nachguckt, hast du doch gar nicht. Hab ich ja auch nicht. Da oben liegen noch Waffen. Hä? Was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt? Sie sind keine Freunde. Sie sind keine Freunde. Hey, das wäre nett, wenn sie die Waffen heben würden. Oh Gott. Es muss halt Kuh. Mann, Mann, Mann. Ich bin zu alt für den Scheiß. Tobi, Mann ey. Das war nicht so eine schlose Idee, aufs Dach zu gehen. Ja, hab ich dir doch gesagt. Ich hab dir gesagt, geh nicht aufs Dach. Nein, nicht aufs Dach. Scheiße, ich muss bald was trinken. Ach, den lass. Äh, die Herren. Ich muss mal was trinken. Mein Hals ist ganz trocken. Ja, mit dem Trinken müssen wir noch ein bisschen warten. Das geht jetzt immer wohl nicht. Oh, das werde ich überleben, hoffentlich. Tschüss, Gu. Das geht ja nur bis zum Haku. Den wir kennen uns schon schon. Ja, ja, den kenne ich schon. Ich hab fast nichts Elegates gemacht. Ja, ne? Du wisst eigentlich, dass sowas mit Verbannung endet, ne? Verbannung? Ich hab ja nichts gemacht. Verbannung von uns? Nein. Da wird einfach ins Boot geschmissen, dann wird er gegen das Boot getreten und es ist Feierabend. Da hat mein Kollege doch nur einen Witz gemacht, ne? Ich hab doch unser Auto nur repariert. Ich weiß auch nicht, warum wir das sind. Da kann ich ja alle machen, ne? Im Nachhinein sagen wir's alle. Ich hab das auf Aufnahmen. Ich hab immer meine GoPro da auf. Ja, das ist kein... Ist die abgenommen vom TÜV? Die GoPro. Ansonsten ist das kein zugelassenes Beweis nicht mehr. Nö, das melden schon, ja. Aber ich glaub, das geht trotzdem. Mann, Mann, Mann. Mein Kollege reut mich immer. Was machen Sie denn mit Ihrer Hände? Das sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß auch nicht. Ich hab irgendwie... Die Handschellen sind so ein bisschen komisch. Mann, Mann, Mann. Mein Kollege reut mich immer in Sachen rein, Mensch. Was soll ich mit Ihrem Ball? Ja, ich denke. Kann ich die Hände gut unternehmen? Oder fühlen Sie sich damit gut? Achso, ja. War noch der Fallschill. Vom Kanal. Ähm, Sie können die Hände wieder unternehmen. Ja, danke. So, was ich Ihnen vorwerfe, wissen Sie ja schon. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ähm, und halt, wie gesagt, Sie stehen im Verdacht an unseren Fahrzeugen herumgefummelt zu haben. Hab ich nicht. Also, wie gesagt, ich hab chronische Angst vor der Polizei. Weil mein Vater, der war damals alkoholsüchtig. Und, äh, der hat viel Ärger mit der Polizei gemacht. Und ich hab da noch so ein kleines Trauma von früher, wo die da das Haus gestürmt haben. Das waren alle nicht so schöne Erinnerungen, wissen Sie. Deswegen hab ich ein bisschen Angst vor der Polizei. Ja, aber man hätte ja reden können. Wenn Sie nicht weggelaufen wären, dann wären Sie jetzt wahrscheinlich noch am Marktplatz. Wir hätten zusammen vielleicht nach Feierabend noch ein Bierchen getrunken. Aber so kamen sie uns halt verdächtig vor. Wer kam an? Wie lief sie weg? Ja, das kann ich verstehen. Herr Bittner, Herr Bittner, Herr Bittner, Herr Bittner, Herr Bittner. Jawohl. Wir haben noch hier einen Mediziner gleich nebenan. Der könnte doch mal gucken, ob das wirklich hier so stimmt mit seinem... Was war das? Warmvorstellungen? Angstzustände? Das kann man zum Mediziner nicht feststellen. Ich kann nebenan. Station 5, oder was? Station 5 war ich ja. Ich glaub, ganz unten unter dem Dachstation 7 ist die Psychiatrie. Ey, wer hat ja gesagt, Sie dürften das Gelände verlassen. Geht nur mal wieder hin. Gelände? Ja, das eingezäute Ding hier. Ich fühl mich hier so eingezäunt. Bin ich ein Tier? Mensch, ich bin doch unbewaffnet. Ja, ich weiß, dass die unbewaffnet sind. Die hab ich alle bei mir, die Sachen. Oh, 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 oh. Haben Sie nicht mehr hier irgendwo eine Bank? Meine Rücken, Sie kennen das doch. Warten Sie mal bitte kurz. Ich krieg ein Eingepunkt von unserem Schief. Ich glaub, wie du weißt, dass du mich richtig tief in die Scheiße geritten hast. Ich glaub, wie du weißt, dass du mich richtig tief in die Scheiße geritten hast. Was passiert mit dir? Junge, das ist hier richtig. Jetzt hab ich noch einen Psychologen dazu, Alter. Weil ich Angstzustände vor der Polizei hab. Jetzt werde ich psychologisch betreut. Hm. Ja, ich denke, das muss auch sein. Ich glaube, ich glaube, es muss aber sein. Ah. Das kann ja weiter dauern hier. Wie magst du? Ja. Der Sanni, der kommt jetzt gleich. Dann werden sie mit auf Station 5 kurz genommen. Werden eine Routineuntersuchung unterzogen. Und dann können wir vielleicht ihre Ängste ja ausräumen. Müssen wir mal schauen, was der Sanni gleich dazu sagt. Wo ist er eigentlich jetzt gelandet? Da vorne. Aber so wie sie jetzt mit mir umgehen sind, Polizisten sind ja gar nicht so schlimm. Also, ich weiß nicht. Ja, aber wir wollen das jetzt. Wir haben den ja jetzt nicht umsonst gerufen. Brauchen sie keine Angst haben. Sanitäter sind auch nicht gefährlich. Ja, ja. Mit denen habe ich schon Bekanntschaft. Der Poshle gibt dir Geld, Bu. Mit der Aktion haben wir ihn gerettet. Ach, ja. Hey, guck mal, ob der auf dem Dach gelandet ist. Ne, der ist doch auf dem Besucherparkplatz gelandet, oder nicht. Oder dahinter irgendwo, was wisst du nicht. Hey, die Alissen hört, du. Ja, 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 ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wurde hier von unserem Chief belästigt, sag ich mal. Was ist denn das Problem? Ne, ich habe momentan kein Problem hier. Außer, dass ich mitten in der Nacht auf dem Polizeihaku festgehalten werde. Ja, ich weiß nicht, was ich da vorne mache. Ich meinte, der Herr Bittner nicht, dass er jetzt hier den Bettig ranholt. Ja, der ist wohl irgendwas gelandet da vorne. Ich weiß auch nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Herr Bittner! Herr Bittner, es ist gut zu leid. Ich bin nicht schon fast angewutelt. Ich lauf nicht weg. Ja, guck, muss man trotzdem, ne? Sie wissen doch, wie schnell ich lauf. Doch, doch. Nein. Mann, 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 Herr Bittner, so geht das nicht. Was denn? Sie können mich nicht einfach ohne Infoschüs zurücklassen. Ich muss informiert werden, wenn Sie gehen. Ja, alles gut. Mann, 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 Mann. Unschlieges passiert. So, Mr. Boom, das ist Mr. Rettich. Mr. Rettich, Mr. Boom. Ja, schon gesagt, Herr Boom, wir kennen uns hier schon. Genau. Ein paar Informationen habe ich mir schon gegeben, Herr Rettich. Der junge Mann hier hat ziemliche Panik vor Polizeibeamten, psychisches Trauma von früher mit deinem Vater irgendwie. Ja. Ganz schlimm ist es. Ach, so ein Polizeitrauma wurden Sie schlecht behandelt von der Polizei. Ja, nee. Aber, aber, können wir da vielleicht allein beraten? Ich habe ja ein bisschen so, ne, wissen Sie? Ja, ich glaube, ich kann mal in der Nähe bleiben, um Sie hier, äh, gegebenenfalls, falls Sie versuchen zu flüchten, zu tasern. Ja, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber hier kann man ja auch vertrauen, oder? Hier, bitteschön, unsere Privatgemächer stehen zur Verfügung. Oh, danke. Ja, oder so, das geht natürlich auch. Ja, ich mache mir schon gerne Sorgen, ich glaube, der ist harmlos. Ja, ja, oder? Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Bis zum nächsten Mal.